Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitgliedsbetriebe der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf. 2021 ist auch wieder ein besonderes Jahr. Ich würde Sie daher bitten, unsere Aktion Praktikum 2021 maßgeblich zu unterstützen. Bitte stellen Sie den jungen Leuten Praktikumsplätze zur Verfügung, öffnen Sie Ihre Tore und zeigen Sie, wie vielfältig und wie umfassend die Möglichkeiten im Handwerk sind. Sorgen Sie dafür, dass Sie viele Jugendliche bekommen, die am 1.8. Ihren Ausbildungsvertrag unterschreiben und unterstützen Sie uns bei der Aktion Praktikum 2021. Vielen Dank, alles Gute, Ihre Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf.